Im Auftrag bayerischer Behörden sind Ermittler mit einer bundesweiten Razzia gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation vorgegangen. 15 Objekte in sieben Bundesländern wurden durchsucht. Gegen sieben Beschuldigte wird laut Behörden wegen des Tatvorwurfs der Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Das Verfahren wurde laut Generalstaatsanwaltschaft München wegen, Zitat, zahlreicher Strafeinzeigen aus der Bevölkerung eingeleitet. Konkret wird den Beschuldigten zur Last gelegt, eine Spendenkampagne zur Finanzierung, so wörtlich, weiterer Straftaten für die letzte Generation organisiert zu haben. Dadurch seien mindestens 1,4 Millionen Euro gesammelt worden. Das Geld sei auch überwiegend für die Begehung weiterer Straftaten eingesetzt worden, hieß es. Neben den Durchsuchungen wurde auch die Website der letzten Generation gesperrt. Zudem wurden Konten beschlagnahmt. Die Klimaschutzgruppe kündigt an, ihre Proteste fortsetzen zu wollen. Kriminell sind nicht wir. Die, die für das Klima eintreten. Kriminell ist die fehlende politische Führung in dieser Krise. Das sind die Worte von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und solange das so weitergeht, solange Kanzler Scholz und die ganze Regierung ihre eigenen Klimagesetze brechen, solange sie Artikel 20a des Grundgesetzes einfach so missachten, solange werden wir weiter von unserem Recht Gebrauch machen, friedlich zu protestieren. Für Mittwoch kündigt die Gruppe einen Protestmarsch in Berlin an, in den Tagen darauf in München und Leipzig. Für Mittwoch kommender Woche plant die Gruppe Protestmärsche in weiteren großen deutschen Städten.